Herzlich Willkommen zurück zur Let's Play Battlefield 4. Jawohl, wir sind in Pacific Storm. Genau, bei Pacific Storm ist A und bla 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 das Wichtigste. Wir spielen erstmal US und klauen uns gleich das Schiff hier und lassen gleich die Socken quallen. Jawohl, den haben wir gleich ins Gehirn geschissen. Wir werden uns mal gleich hierhin auf das nächste Ziel stürmen. Wir haben Einsatz hier, bravo wird aliviert. Ey, 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 ey. Hat dir irgendeiner gesagt, du darfst auf meinen Arsch schießen? Kollege, runter mit dir. Jawohl. Nichts da, mein Freund. Jawohl, haben wir. Weiter geht's. Ab nach E. Wir fahren da einmal außen herum. Guck mal, ob sich hier irgendwo einer da ist. Haben wir. Haben wir, haben wir, haben wir. Einsatzziel Echo wurde gerade neutralisiert. Hier ist der Bär los, das sage ich euch. Weiter geht's, weiter geht's. Das Server ist ziemlich leer. Viele mögen wahrscheinlich die Map nicht. Einer meiner Lieblings-Map-Storm auf jeden Fall, weil die Map macht richtig Laune, finde ich. Ich habe hier die TV-Raketen drinne. Und die ganze mal 30 Millimeter Geschosse. Da, da gesessen, jawohl. Wo sitzt er? Ah ne, wir nehmen einen. Sehr nice. Das ist unser. Das ist auch unser. Den holen wir. Den holen wir mal gerade auf. Ich sollte nicht so viel rumballern. Da drüben ist das andere Boot. Das holen wir uns gleich. Aber ich brauche auch unbedingt Munition. Jawohl. Da ist ein feindliches Boot. Okay, das geht einmal rum. Wir fahren dann auch einmal in den Pudding. Und holen uns das von hinten. Jawohl. Jawohl. So sollte es sein. Wir fahren auch noch einmal schön im Kreis. Boing sind Chef. Alles senkrecht. Oh, da habe ich schlecht gezielt. Wo ziehe ich hin, Leute? Oh, da habe ich nicht. Ich habe Sicht konntakt zu den Feindlichen Schautschützen, schüttlich dem aktuellen Stellung. Oh, geil, war der Motor aus. Alter, von wo? Du spinnst wohl. Der hat wohl irgendeiner ins Gehirn geschissen oder so. Alter, wer hat euch eigentlich ins Gehirn geschissen? Mama mia. Doch, 5-0 geht gut voran. Versorgungsablauf ausgeführt. Geht hin, wenn ihr könnt. Ich habe den feindlichen Scharfschutz östlich deiner Position gesichtet. Aber wie? Dingens, nicht explodiert die TV-Rakete beim Einschlag auf den Boden? Ah, jetzt funktioniert es nächstes Mal. Jawohl, da haben wir noch Gold. Der hat sich da zerbröselt, der gute Freund. Ah, hier muss gar nichts repariert werden. Bleib mal ganz geschmeidig. Da ist ein feindliches Boot. Boah! Zwar den Kehl nicht gekriegt, aber das Ding ist auf jeden Fall eingeschlagen. Weil auch wenn die Reichweite weg ist, man kann trotzdem... Da ist der Papagei! Da seht, dann fliegen. Ein Gimmick in Streicherflüge. Aber man kann ihn nicht erschießen. Da stand ein Boot. Wieder E weg. Leute, holt die Leute doch nicht aus dem Sporn. So. Weiter geht's. Ab nach E. Also wir rocken hier 6-0. Zwar nicht viele Kills, aber wir holen hier trotzdem einige Sachen weg. Also das muss man jetzt immer wirklich sagen. Ich bin irgendwie Squadleader. Einsatzziel einfach ist verloren. Wir haben Einsatzstil Echo erobert. Nochmal A markieren. Einsatzstil verteidigen! Nachladen! Wir wollen mal gucken, ob wir hier nicht noch irgendwas wegratzen können. An alle Einsatzteams, alle Angriffe auf markiertes Ziel umbleiben. Da scheint ein feindlicher Helikopter zu sein. Es liegt in der Position. Ich habe mit feindlichen Soldaten in eurem Gebiet gesichtet. So. Das können die anderen machen. An alle Einheit. An alle Einheit. An alle Einheit. Ja, am Schutzschild. Nein, 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 mein Freund. Nicht mit mir. Visieren anderen Vollidioten, aber nicht mich. Ja, wir müssen uns erstmal ein bisschen bewegen hier, sonst kriegen wir gleich die nächsten rein. Alter, von wo? So, hier gleich wieder aufgeräumt. Schluss, ja. Ja. Greif das Einsatzziel an! Ich habe hierher, sehr bereits haben, hierher. Ich habe hier noch keine Ahnung. Seiteßyoumerschen. Oh, ich bin schon voll davon! Hier mir vielleicht aber ich kann Hier miierde die Arschloch, oh, 7-1, geht. Oh, jetzt ein bisschen Infanterie. Ähm, ne, 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 wo ist eigentlich der Spike hin? Oh, jetzt ein bisschen. Keine Ahnung, ist er weg? Anscheinend ist er weg. Anscheinend ist er eine Runde Kuchen backen. Ja, könnte sein. Ja, die Runde hier spiele ich auf jeden Fall noch. Und dann ist auch erst mal... End in the Gain. ...Material zur Abholung bereit. Da ist ein feindlicher Helikopter, östlich von dir. Ich weiß, wo der ist. Hey, mein Vater ist verschädigt. Ich brauche... Ich habe Sichtkontakt zu dem feindlichen Boot. Resslich von dir. Achtung, ein Sox-Zinn-Eco-Rude neutralisiert. So, den haben wir. Ehe nehmen wir jetzt eine Sieger-D ein. Waschen wir jetzt mal rüber. Gucke mal, ob wir da nicht irgendwas machen können da nur. Was mich wundert, dass das hier genau das Gegenteil ist. Bei uns ist es immer A, äh... Ja, A und B, die Haupt-Action. Und hier verteilt es sich gerade wenig... Übelst auf die anderen... Ähm... Anderen Spots, richtig? Also, das ist der Unterschied wirklich zwischen 68 Slots. Und ich wollte unbedingt 68 Slots spielen mal. Irgendein Ochse-Snipert hier auf mich. Hier bin ich. Oder noch nicht. Jetzt haben wir hier... Ja, wir sind die ganze Zeit angeblich unter Wasser. Voll dem Bug. Leute, ich bin die ganze Zeit unter Wasser. Total der Bug. Wie scheiße ist das denn, bitteschön? Boah, was ist das denn bitteschön für ein Sound-Bug, ey? Leck mir die Kohones, Alter. Ja, da seht ihr, warum ich mich manchmal so extrem aufrege bei dem Spiel. Es ist einfach grauenvoll. Manche Situation hier in dem Spiel. Wo ist der, der vorhin hier im Haus war? Ich höre natürlich jetzt gar nichts. Ich muss komplett ohne Geräusche spielen. Drüben läuft einer. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Er ist da unten. Nördlich deiner aktuellen Position gesichtet. Geht hier mal hoch. Versuchen da oben mal die Sniper wegzuholen. Heilige Scheiße, Mann. Was für ein widerlicher Sound-Bug. Da ist ein feindlicher Panzerjäger. Größt nicht deiner Stellung. Gleich kracht. Lieferung ist angekommen. Upsa. Eure Karte. Einsatzziel Alpha wurde gerade neutralisiert. Upsa. Einsatzziel Alpha ist jetzt unter unserer Kontrolle. Stirb. Ich darf nur campen, du nicht. Mach schon Bewegung. Lass uns mal wieder rüber gehen. Wehe. Oh nein. Ja Leute, tut mir gerade sehr leid mit dem Ding. Ich müsste mich jetzt eigentlich umbringen. Aber ich möchte mich jetzt nicht so. Hilfe. Ja, wenn mich jemand trifft, dann habe ich Blubberbläschen. Wie geil ist das denn, Alter? Uh, wie geil ist das denn? Ah, wie episch, Alter. Jetzt sollte es auf jeden Fall wieder gehen. Wir werden auf jeden Fall bei Asborn. Und werden da hinten uns mal um die Insel kümmern. Da, wo sich der Penner gerade draufgesetzt hat. Das konnte man ja gerade gut sehen. Gucken wir mal, den von hier aus treffen. Nein. Auf gar keinen Fall. Oh, 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 oh. So, rüber geht's. Ich möchte mich wirklich an. Gott, das ist übel zu dieser Soundbug manchmal. Geht doch der raus. Mein Gott. Mein Gott. wieder nach A gehen wir mal nach A um probieren das Einsatzziel mal einzunehmen irgendwie muss man das ja auch als Fußgänger schaffen das ist das wo ich mich gestern mit dem Snowman ein bisschen unterhalten habe wo wir beide derselben Meinung sind dass man einfach zu wenig machen kann als Infanterie also als Fußgänger jawohl den haben wir das feindliche Talk ist zu ihm ausgefallen da ist ein feindliches Boot westlich deiner Position dann zeig dich auch sehen mich oh jetzt dann komme ich halt von da du kleines Arschgesicht mit das wohl ich dass ich die Siffel ist ja da so da 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 umdrehen haben wir sehr nice man muss immer einfach drauf knallen vielleicht hat man einfach mal mit ja geh nicht rein ich habe das Scott Mitglieder muss man mal dann gestern so da scheint einer hat man noch gesehen ich ja so 39 Minuten Neuheit Donnerwetter gibt immer so 20 19 muss ich mal gucken wie ich die schneide jetzt selber ist ja nicht so einfach alles so 5 8 6 7 haben wir irgendwie keine Punkte für kriegt 20.000 für den Serverstar sehr nice und 32.532 Punkte und nochmal 4.737 Punkte finde ich und 18.000 nochmal so ja leckt mich fett ja würde ich sagen vielen Dank fürs Einschalten bei Battlefield 4 bis zum nächsten Mal ja bestände ja legt euch hin und ich wünsche euch noch einen schönen Tag bis zum nächsten Mal tschüss bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal